Landauf, Landab. Sommergeschichten aus der Schweiz. Nicole Bircher nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise rund um Trigi. Steile Berghänge. Ich weiss noch, wo wir mit Holzschliftern hatten. Sicher? Ja. Und das Schulzimmer in der Natur. Landauf, Landab. Am Mittwoch, am 5.08 Uhr auf Sat.1. Schweiz. Grab your video, montagel, ... ... ... ... ...